Hallo liebe LEGO-Fans, willkommen zu meinem nächsten Video aus der Serie LEGO Mystery Packs Top oder Flop. Heute schaue ich mir Star Wars an. Hier sind wieder mal zwei Magazine drin und zwei Extras und dieses Mystery Pack kostet 5,50 Euro. Ich habe wieder mal zwei Stücke gekauft. Mal schauen, was wir ziehen, ob es wirklich immer dasselbe ist. Was ist hier dran spannend? Natürlich die beiden Figuren. Einmal der Finn und der Luke Skywalker. Schauen wir uns die Figuren an bei Brickling. Der Finn hat die Nummer SW0676 und wurde insgesamt fünf Sets verbaut. Und eins davon bzw. vier Sets plus eine Zeitschrift oder mehrere Zeitschriften. Und die Zeitschriften wären die Nummer 4, 5, 34, 74 und als Ersatzartikel bei Nummer 9. Schauen wir kurz an. Da sind die mit dabei. Genau, die 34. Also ist mit drauf und dabei auch der Finn drinnen. Beim Luke Skywalker ist es ein bisschen anders. Die Figur hat die Nummer SW0971 und wurde nur in drei Sets verbaut. Auch in den teuren Sets. Und auch in den Magazinen. In insgesamt drei Stück. In der polnischen Ausgabe mit Nummer 12. Und in der englischen Ausgabe bzw. der deutschen Ausgabe Nummer 65. Schauen wir kurz drauf. Hier ist die Nummer 60. Die Nummer 66. Und das war's. Also diese Luke Skywalker Figur ist hier nicht drin. Also kann auch nie gezogen werden. Weil die halt Nummer 65 drin ist. Und nicht 60 oder 66. Finde ich sehr schade von Blue Ocean, dass die uns verarschen und irgendwas drauf schreiben, was gar nicht möglich ist. Deswegen eben mal recherchieren und das Kleingedruckte lesen. So. Jetzt geht's aber los. Das Mysterio-Replekt Nummer 1. Hier ist was los. So. Die Nummer 66. Ja, das stimmt. War mit dabei. Und das Pulleyback ist... Ne. Da. Der Snowpeeder. Mit der Nummer 912055. So. Und was ist hier mit dabei? Der SIS-Imperator. Und das ist die Nummer 58. noch mal anschauen. 58 ist da mit dabei. Da. Gut. Das passt schon mal. Das Mysterio-Replekt Nummer 2. So. Kommt schon mal. Kommt bekannt vor. Und umdrehen. Nochmal dieser SIS-Imperator. Infiltrator. Die Nummer 58. Hatten wir schon mal. Und das zweite Heft ist... Die Nummer 66. Mit dem Snowspeeder. Das heißt, wieder mal dasselbe. Jetzt haben wir das selber. Also ehrlich gesagt habe ich ein schlechtes Gefühl dabei. Weil hier sind nur 28 Teile. Und hier sind 34. Das könnte ein sehr, sehr schlechtes Bautofilio sein. Schaut mich gleich an. Bis gleich. Tja, was soll ich sagen. Ich hab's geahnt. Dieses Pulleyback kostet 227. Dieses Pulleyback kostet 342. Jeweils zwei Stück. Macht einen Wert von 11,38. Und bezahlt habe ich dafür 11 Euro. Das heißt, macht einen Partofilio von 1,03. Also 1. Also ganz, ganz, ganz schlecht. Tja. Tja. Aber wenigstens nicht drauf gezahlt. Bin dann fertig mit dem Video. Was habt ihr gezogen? Habt ihr euch diese Hefte geholt? Die Star Wars? Oder nicht? Habt ihr schon gewusst mit dieser Figur? Mit der Luke Skywalker Figur? Ich hab's auch gesagt, dass sie gar nicht dabei ist. Oder nicht dabei sein kann. Ich find's wirklich in den Frechheit von Blue Ocean. Was soll ich sagen? Ja. Sonst gerne ein Like da lassen. Oder abonnieren. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Go, bye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.